Halli, hallo, hallo, ich bin mit richtig herzlich willkommen zurück zum Let's Play von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf dem frisch erschienenen OMSI 2 DLC Felbert und fahren eine der beiden enthaltenen Linien, und zwar ist das die 649. Es wird noch eine Schnellbuslinie mitgeliefert, die wird von der DB betrieben, so wie ich das gesehen habe. Und ich habe mir jetzt, glaube ich, hoffentlich eine passende Konfiguration für diese Linie hier zusammengebastelt, und zwar einen Gelenkbus der WSW. Dafür stehen wir jetzt hier in Felbert am ZOB und fahren rein bis Wuppertal Hauptbahnhof. Und das ist auch exakt die Stelle, an der die beiden Karten miteinander verbunden sind. Das heißt, Felbert und Wuppertal ist, wenn man beide Karten besitzt werden, quasi aneinander gebaut. Das heißt, da kann man dann beides kombiniert fahren oder mal einen Linienwechsel oder sowas vornehmen. Alternativ ist das Ganze auch einzeln betreibbar. So, jetzt muss ich mich hier wieder ein bisschen reinfuchsen. 9, 6, 9, 1, 0, 0. Ne, Verkäufernummer. Hä? Ach, ich muss von oben anfangen. Jo, 18, 0, 5. So, 18, 0, 5. 9, 6, 9, 1, 0, 0. So. Liniekurs ist im Zweifel so weit wie 6, 9, 40, 0, 1 vielleicht. Ja, schauen wir einfach mal, was er mir vorschlägt. Ziel, Felbert, ZOB. Ne. Ziel, Wuppertal. Ja, da passt schon eher. Hätte ich jetzt gesagt. Wir fahren ja nach Wuppertal. Das heißt, wir starten Felbert, ZOB. Das sollte passen. Wo steht denn unser Fondplan? Ach, da haben wir sowas hier. Hauptbahnhof haben wir hier schildert. Ja, da passt. Einwandfrei. So. Gang einlegen und Abfahrt. So, jetzt setze ich mir mal die Sicht mal so, wie ich die brauche. Genau, ich habe mir jetzt auch tatsächlich mal überlegt, okay, fährst du heute nicht vielleicht mal die Schnellbuslinie? Okay. Fährst du vielleicht mal die Schnellbuslinie allerdings? Also, die fährt quasi die komplett, also die komplett gleichen Start- und Endziele. Ach so. Warte mal. Terminus, nee, 649 nach Wuppertal-Hauptbahnhof. Genau. Allerdings ist dann so, die fährt komplett über Autobahn. Und das habe ich jetzt mal prinzipiell als relativ wenig Spann identifiziert. Das heißt, uns verschlägt es heute einmal schön über Land, beziehungsweise seitdem über die komplette Strecke. Preisstufe A, Tageskarte, bitte. Äh, Tages-A. Drucken. Ach so, da. Das kostet 7,10, das heißt, wir sind zack, zack, zack und bitteschön. Gute Fahrt. Hi. Auch Kinder, ihr könnt doch nicht so viele Tickets kaufen. Äh, Kind. Fahrscheinermäßigung. Das gibt es hier aber nicht. Preis A. Kind. Ach doch, es heißt Preis A-Kind. Ja, jetzt chill mal ein bisschen. Hi. Ihr altet, was nicht Bus fährt im Zweifel. Aber ich werde wohl denn hier noch rein. Ich habe mich mit dem Fahrkarten-Dingens beeilen müssen, ne? Wäre schneller gegangen. Och, Leute. Ihr habt nie ewig Zeit hier. Was ist denn los? Ich habe keine Ahnung. Ach so, weil die alle einzelnen ihre Fahrkarte... Können Sie mir bitte eine Tageskarte geben? Ich gebe dir eine Tageskarte. Da, Tages A, bitteschön. So, da passt ja sogar fast. Erzähl noch der, bitteschön. So, jetzt ist aber mal Abfahrt hier, ne? Da kann er nicht, da kann er nicht angehen. So. Wie kommen wir denn los? Habe ich noch in der Bremse drin? Ne, einwandfrei. Gut. Dann wollen wir mal schauen. Ist das so gedacht, dass wir so komisch... Ist das so gedacht? Das wird da so halbschräg irgendwie... Ah, der Kollege hinter uns. Okay. Ich habe schon gedacht, wir haben jetzt wieder in der Tür aufgemacht. Habe ich eine Freigabe drin gelassen. Aber ne, da passt schon ganz gut. Okay, gut. Das heißt, da warten wir mal ganz schön, bis wir da los dürfen. So. Muss ich in der Kontaktanforderung oder haben wir sowas nicht? Ich bin mir jetzt da komplett unsicher an der Stelle. Es ist halt schon sehr lang rot, ne? Also, exorbitant lang rot. Es ist vor allem überall rot. Hätte ich doch nicht in der Kontaktschleife müssen, weil hier so ein Abfahrtsnups hier... Ne, so, was haben wir denn nicht? Ach, guck mal. Abfahrt. So. Wollen wir mal hier durch? Und dann ist ja natürlich alle vorher gestrückt. Ich heiße den Willkommen hier auf unsere heutigen Fahrt. Nach Wuppertalabonow. Für Menschen hier eine angenehme Reise. Als ob es da vorne rot wird. Naja, die Ansage hatten wir ja schon. Ich glaube, das mit dem Kontakt da oben, das löst auch nicht mal wirklich ein größeres Problem. Wir werden ja trotzdem jetzt eben eine Weile lang stehen. Way. Party. Woohoo. Ich freue mich. Es ist gleich am Anfang schon so viel Spaß, ne? Also, zwei, drei Haltestellen. Fahren wir jetzt quasi noch ein bisschen entlang des Schnellbusses. Und dann geht es dann noch recht zügig auf eigene Wege. Ich habe das auf der Karte mal angeschaut. Das ist auch ganz cool. Auf Google Maps sieht man das auch. Welchen Fahrtweg die beiden Linien nehmen. Dankeschön. Oh, schwer so viele Leute. Wo kommen die denn alle her? Ich stehe jetzt aber bitte auch hinten ein, oder? Wenn ich jetzt die zweite Tür aufmache. Ich will jetzt nicht bis übermorgen hier stehen. Ja, ach, guck mal. So wollte ich das haben. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Hallöle. Alle mal einsteigen. Hey, ich brauche ein Fahrschirm, wo ich durch Wuppertal fahren kann. Willst durch Wuppertal fahren? Du fährst halt erst wirklich fällig, weil das ist dir bewusst, ne? Meinst du wohl nach Wuppertal wahrscheinlich im Zweifel, ne? Ach, Leute. Kommen wir mal bitte alle rein hier. Ticket? Kein Ticket? Okay. Gut. So. Ist halt aber auch... Bis wir da loskommen. Jetzt haben wir den Bus schon gefühlt voll. Wir sind ein Meter weit gekommen. Und da haben wir noch einiges an Strecke vor uns. Das macht mir auf jeden Fall Hoffnung. Irgendwie. Ich hoffe, wir sind noch in Sync mit denen. Yo. Der hat verstanden, dass wir nochmal eine Hallstelle zurück sind, ne? Weil, wo wir mit dem ZDW losgefahren sind, äh... Da ist aber keine Fußgängerampel. Würde ich mal angemerkt haben. Ne. Der Fahr... Ne, ne. Die soll da jetzt... Oh, ne. Das ist mir jetzt egal. Laufen sie gerne hinter meinem Bus durch. Aber hier ist eine Fußgängerampel. Das unterstütze ich nicht. Gut. Das würde ich wahrscheinlich in Real Life trotzdem selber auch tun. Im Zweifel bin ich genauso einer, der da ein paar Meter daneben durchläuft. Aber... Heißt nicht, dass ich das hier mal um sie tolerieren muss, ne? Das ist ja das nächste. So. Dann machen wir mal das Fenster mal ein bisschen offen. Das ist gut. Und... Dann sind wir mal gespannt, wann wir denn hier mal aus der Stadt rauskommen. Jetzt wissen wir, wie viel wir überhaupt aus der Stadt rauskommen. Und wann und wo da dann quasi ein Wuppertal angebunden ist. Auch wenn ich jetzt dann wahrscheinlich den Punkt nicht wirklich direkt erkenne. Und dann wahrscheinlich eher so im Sinne von, okay, da sind jetzt Haltestellen, äh, Markierungen für andere Linien. Aber könnte schon sein, dadurch, dass wir jetzt hier, ähm... Gingens da, weil wir jetzt ja den ersten Haltestellen der Rechten... Bitte einmal Preisstufe A. Oh, Leute. Kauft doch eure Fahrkarte im Vorverkauf. Einmal Preisstufe A. Ne, mach mal nicht jetzt. Da war gerade grün. Das ist euer Ernst. Ich will einfach nur los. Oh. Euer elendiges Rumgetrödel hier. Das ist ja abartig. Abartig. Belastend. Ja, stehen wir da ja in der Ampel. Ich freue mich. So. Können wir da vielleicht mal bitte... Nicht? Okay. So. Jetzt haben wir ja erstmal noch ganz viele andere tolle Kreuzungsteilnehmer grün. Ich sehe das schon. Also bitte nicht wir, die da gleich loskommen. Jetzt haben wir auch schon einen ewigen Hakenverspätung gesammelt. Meine Güte. Aber ich denke mal, Überland da... Also, kenne ich mich aus nicht im Sinne von, ich kenne die Strecke. Sondern ich kenne mich Überland aus. Da können wir dann alles wieder... Da holen wir dann alles wieder raus. Das ist hoffentlich kein großes Problem. Ja, Kontakt. Passiert da noch irgendwas heute? Ich weiß es nicht. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir jetzt hier stehen? Gibt es irgendeinen Kreuzungsteilnehmer, der gerade grün hat? Der sich über eine grünphase freut? Ne? Genau. Sehe ich nämlich auch so. Es ist schon... Belastend. Ich glaube auch hier, das mit dem Kontakt war eh nicht so wirklich ernst gemeint. Das ist größtenteils wahrscheinlich einfach die normale Ampelfase halt einmal gespiegelt, ne? Auf die andere Ampel. Ist das... Das ist doch die normale... Also, die Ansagenstimme, die man schon recht häufig kennt, so gefühlt in 0,75-facher Geschwindigkeit. So, aber ich glaube, hier wird es jetzt mal ein bisschen weniger mit den Leuten. Das ist ganz cool, dass wir mal ein bisschen aus der Stadt hier rauskommen. Ich sehe doch schon, dass der eine Fahrkarte will. Ne? Okay. Ach, die wollen alle nur Dingens da ab... Hier, Ticket entwerten, das dauert dann auch mal ein bisschen. Okay. So. Aber wir fahren immer noch entlang vom Schnellbus. So ist es. Damit auch jeder die Ansage verstehen kann. So ungefähr komme ich mir da wirklich bei vor, ne? Das ist schon... Ich bin da sowieso ein Riesenfreund von Computeransagenstimmen. Und die hat noch so eine vorzügliche Aussprache und seine vorzügliche Sprachdynamik. Ja. Ich bin da einfach hellauf begeistert davon. Ich beglückwünsche die Wuppertaler Stadtwerke zur Wahl dieser unfassbar tollen Ansagenstimme. Ja, da sind sie bestimmt auch sehr stolz drauf. Vielleicht auch nicht. Das werden wir wohl nie herausfinden an dieser Stelle. Sehr geehrte Vorhergäste. Wird grün, grün, grün. Grüner wird's nicht. Wohin nicht hier. Irgendwann muss ich in so einen gemütlichen Mode wechseln, ne? Kann ja nicht sein, dass ich jetzt bloß immer so auf... ...schnell, schnell, schnell... ...Verspätung aufholen dränge. Das kann ja auch nicht sein. Das ist ja dann auch kein schönes Let's Play, ne? So, die wollen schon mit allen hier aussteigen. Die Verspätung aber eigentlich... Ach, so, bloß vier Minuten. Ach, und der hat noch so ein tolles Türpiepen. Das müssen wir auch noch immer mit abwarten. Ach, das ist ja schön. Und das freut mich jetzt aber, ne? Ach, das ist immer so schön angenehm, wenn das Piep-Piep noch macht. Ja, für die Leute ist es bestimmt sinnvoll, aber ich glaub, das ist, äh... Schlagbaum. Schlagbaum. Wobei, da war es gar nicht so krass schlimm. Ich glaub, die Diskussion war aber auch schon öfters mal über Türpiepen. Ob sinnvoll, ob nicht sinnvoll. Ja. So ist es eben, ne? So. Guck mal, jetzt haben wir ein bisschen freie Fahrt. Ich hoffe einfach, dass wir vielleicht im Laufe unseres... ...wie ihr seht, doch durchaus vorhandenen Fahrplans da links... ...dass wir vielleicht ein bisschen was von der Zeit wieder... ...reinkriegen. Ich wollt grad sagen, wir fahren nicht so viele andere Buslinien. Will doch bestimmt mit hier. So, komm mit, Omi. Will ich mal aussteigen? Ne, gut. So, wie sieht denn hier drin aus? Oh, so haben wir ein paar Leute drin. So, Gelenkbus war mir immer sinnvoll. Ich hab mir tatsächlich überlegt, okay, fährst du vielleicht mal mit dem C2 LE. Weil ich den LE eben ganz cool finde. Aber ich hab... Ich bin jetzt dann, wie ihr seht, dann doch beim Gelenkbus hängen geblieben, weil ich mal ein bisschen, ja, A, die Screenshots angeschaut hab. Ähm, da war dann immer entsprechend geschildert, SB66, äh, DB-Solo-Bus und, ähm, ne? Hier dann eben der BSW C2G auf der 649. Und da hab ich mich entsprechend einfach mal dran gehalten. Das hab ich mal adaptiert. Ich hab das nochmal ganz kurz, mach ich auch mal ganz gerne in Google-Bildersuche mal reingehauen. Gibt's natürlich auch noch Bing-Bildersuche und AOL und Yahoo-Search. Gibt's sowas eigentlich noch? Keine Ahnung. Und Ecosia und, ähm, ja. In eine Bildersuche eurer Wahl. Und da hab ich gesehen, yo, das sind tatsächlich Wuppertaler Gelenkbusse. Irgendwie, keine Ahnung. Ich wollte da so ein bisschen... Ich wollte da so ein bisschen, dass das halt dem halbwegs passt. Weil ich konnte das halt nicht einschätzen, wie das von den Fahrgästen erst. Und hab mir gedacht, ja, für so eine... Recht lang... Oh, das... Ja, wir dürfen eh in der Mitte drüber, ne? Was wollte ich erzählen? Ja, scheinbar hat das Erzählen grad viel zu viel Raum eingenommen in meinem Kopf. Sodass ich da nicht mehr so viel auf den Zollerhosenverkehr gelegt hab. So, geradeaus. Wir fahren immer noch mit der Schnellbus-Linie. Aber die hatte doch nur so 5, 6 Halte oder so. Also, wenn die schon über die Autobahn fährt, dann hätte ich die wahrscheinlich hier noch überall halten lassen. Okay, die hält hier auch nochmal. Na ja, gut. Tönnies Heide. Ist das nicht der mit dem Fleisch? Das schreibt man wahrscheinlich anders. So. Einen schönen guten Tag. Hallo. Ach, du willst auch noch einen Fahrschein? Nee. Das ist immer zu unterscheiden, finde ich schwierig. Aber da Türpiepen, ich sag mal, da dauert Zeit, ne? Das muss nicht sein. So, gut, wie mit dem Voidgetriebe ist, hat die auch so eine Sache jetzt da überlandt. Ob das Drehzahltechnisch so optimal ist? Wir wissen es nicht genau. So ist es halt wohl. Äh, wir werden das überleben. So, vorne sehen wir auch schon Kollegen. Ich warte da mal besser. Fährst du bitte durch? Angst. Ja, das ist so der Spiegel, ne? Also, ihr seht das ja, der Spiegel ist normalerweise mal nicht ein Problem. Das ist mal ganz gut. So, dafür müsste ich mal ganz kurz nochmal hier an dem da drehen. So. Wie viel haben wir da jetzt? Ja, da passt's. So, aber hier, das ist auch jetzt die Autobahn, ne? Und die wollte ich halt so ein bisschen vermeiden. Ähm. Dizwiegen ist jetzt diese Linie hier geworden. So, hinten, zack, zu, zu. Ja, Gas geben erst, wenn alle Türen 100% geschlossen sind. Ich weiß, Spiel. Alles ist in Ordnung. Ja, schauen Sie, ist kein Spielraum, Sie ist eine Simulation. Ey, du bist auch so eine Simulation. So, okay, und hier splitze ich dann auf. Rechts geht's auf der Autobahn. Ich blocke hier mal beide Spuren. Ich habe da, glaube ich, sonst wenig Chancen. So. Okay, haben wir auch noch keine Chance. Ja, Kurvenüberhöhung oder was? Seid ihr, könnt ihr vielleicht einen Ticken, einen kleinen Ticken schneller fahren. So, damit ich mir nicht ganz so verarscht vorkomme hier. Ich sehe schon, die Antwort ist nein. Ach, wenn die alle abbiegen, hätte er doch blinken können. Aber das ist auch nur so ein Fahrtrichtungsanzeiger-Luxus, ne? Das machen wir hier nicht in Omsi, dann wüsste ja eventuell der spielende Busfahrer, wo er hinfahren müsste. Das ist ja... Ja, sowas machen wir da nicht. So, ich sehe schon, das wird hier scheinbar ein bisschen interessant von der... Ich sage mal, vom Terrain her. Ach, Mann. So ist das wohl. Ja, das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz so gesehen. Ich weiß nicht, das ist doch gerade voll hell, ne? Gut, die Sonne scheint doch irgendwie voll auf den... Äh, voll auf den Rechner aka den Spiegel. Das macht es halt ein wenig einfacher. Äh, boah. So, irgendwie habe ich mir den Überland so ein bisschen weniger kurvig vorgestellt. Aber das wird schon irgendwie passen, okay? So wie hier, ne? Aber du bist halt nur genauso langsam unterwegs wie in der Stadt. Das macht es dann halt irgendwie, ich sage mal, keinen Deut besser. So, Bauer und Geschehen. Ja, das mit den 50 habe ich zur Kenntnis genommen und werde es bei Gelegenheit ignorieren. Ja, danke. Und jetzt auf einmal läuft es wieder gut, oder was? Was war denn das für ein Nachlader, bitte? Ich sage mal, da war ein taktisch sehr ungünstiger Zeitpunkt. Als ich gerade dabei war, äh, ja, mach keine Ahnung. Ja, braucht einfach noch ein bisschen, ne? Ich habe ja Zeit. Ah, kein Problem. Chillt einfach noch ein bisschen. Äh, jetzt wollen die halt die alle ausstellen. Das kann ich nachvollziehen. Alter. Kann man ja zumachen hier vorne. Dritter Versuch. Meine Güte. So, hier geradeaus, ne? Komm, jetzt läuft es ja wieder super. Irgendwas hat er da. Gut. Onsi lädt nach. Das ist, äh, mal ganz was Neues. Das habe ich ja, das habe ich ja noch nie gehört, ne? Dass sowas passiert. Dass das eventuell unter Umständen nicht ganz so smooth passiert. Was? Wo? Wer? Äh, eng. Passt aber. So, machen wir hier durch. Gut, das ist aber, also... Scheiße. Kann sein, dass wir einen einzigen Fahrgast oder so haben. Und sich jetzt beschwert wurde, dass wir scheiße fahren. Ja, ich sehe zumindest nur die eine Frau da hinten. Aber das heißt ja nichts. So. Kann ich eigentlich auch um auf diesen Dingen sehen? Plus drei. Okay. Ich sage mal, entwickelt sich in die Potenz... Alter. Türstörung. Mach zu hier. Meine Güte. So. Hier... Fahren wir... Hä? Hä? Okay. Verstehe ich jetzt... Ich verstehe diese Pfeile nicht. Von wo soll man denn kommen, dass man diese Pfeile braucht? Okay, wahrscheinlich brauchen wir die. Wir fahren einfach nur die Serpentine. Und ich glaube, uns wurde einfach nur mitgeteilt, dass wir durch die Serpentine fahren sollen. Gut. Habe ich an dieser Stelle mal akzeptiert. So. Mal schauen wir mal hier runter. Können wir nicht immer nur so heizen da. Zeit, das geht wie hier. Das ist ja kein Problem. Liebe Kinder, wo 30 ist, fahrt ihr bitte auch 30. Ich... So. Schwupps. Stadt Gordon. Ne. Stadt Gordon halten wir lieber an der nächsten Haltestelle. Oh. Hei, hei, hei. Ist ja wie... Warte mal. In welcher Stadt ist das hier so? Los Angeles, San Francisco. Wo du auch immer diese Treppen... ...äh, diese Treppenstraßen hast. An der Linie 627, 647, S-Bahnlinie S9 sowie der Regionalbahn 49. RB 49 nach. Ich weiß eigentlich, wo die hinfährt. Wuppertal Hauptbahnhof. Über. Äh. Das fragt die mich jetzt Sachen. So. Das sollte man nutzen. So. Wir haben es genutzt. Das ist fantastisch. Ne, aber in irgendeiner Stadt hat es doch diese Terrassen... ...förmigen Straßen. Wo du quasi immer die Querstraße auf einer Ebene hast. Und dann geht es immer richtig steil. Irgendeine amerikanische Stadt. Aber ich kann das jetzt auch nicht näher beleuchten. Das ist, glaube ich, was gemeintes. Das hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert. Wollten sie schon immer mal. Amerikanisches Feeling im Omsi. Äh. Omsi Chicago war gestern. Äh. Was heißt denn hier? So richtig links oder so? Ich glaube, Wänden links. So, dass wir da... ...an diesem, was auch immer das da ist. ...felber nerviges Markt. Okay. Das ist voll das nerviges Markt. Genau. Ich schwöre. So. Ist da Platz? Nee. Natürlich nicht. Ich hätte nämlich gerne so ein bisschen ausgeholt. Aber ich glaube, das geht. Das geht. Nee, mach mal nicht. Das stimmt nicht. Fake News. Hier ist immer noch Bahnumsteigemöglichkeit. So. Machen wir hier durch. Ach, das hier ist nur so ein Kringelsche. Okay. Der steht aber auch ein bisschen. Ich sag mal suboptimal. So. Einen schönen guten Tag. Hallo. Ah, Fahrkarten. Immer Preisstufe A, bitte. Immer Preisstufe A, bitte. Ja, aber zumindest bitte war dabei. Ne? Das finde ich schon eisert laut. Äh. Zwei. Bitteschön. Hallo. So. Kommen Sie mal rein. Achso. Oh, das Kind habe ich ja fast. Ja, deswegen, liebe Busfahrer, macht man ja immer die Tür auch erst zu, wenn alle wirklich eingestiegen sind. Ach, immer das. Okay. Jetzt weiß ich, was da immer so. Dieses Display von dem, da würde die Fahrkarten abstempeln. Das ist scheinbar, ich sag mal, nachladetechnisch ein Problem. Er hat überlegt um sie immer kurz. Gut, ich habe gerade echt immer überlegt, wo das herkommt. Konnte mir darauf bisher noch keinen Reim machen. So. Wuppertal. Hauptbahnhof. Euiui. Nicht sterben, Bus. Nicht sterben. Dankeschön. Okay. Ist das eine Textur oder ist das? Ich interessiere mich immer ganz kurz für das, was da ist. Ah ja, es ist ein Spline. Beziehungsweise Endsplines. Sonst ist ja das andere. Okay. So. Okay. Rosenhügel. Aber Wuppertal geht doch geradeaus. Ich habe gedacht, ich muss ja noch Wuppertal. Ne, wir fahren da über, ne? Wir fahren da über irgendwelche Käfer. Die wahrscheinlich gar nicht so kaffig sind. Und nur der, der, der Onkel hier von... Ich bin kein Onkel. Äh, der... Doch, kann man trotzdem sagen, ne? Der Onkel. Josch erzählt euch heute, wie man nicht zu dem Ort hinkommt, der auf den, äh, Schildern steht. Wir fahren nämlich einen kleinen Umweg. Heil, ich zeige euch heute mal, ähm, wie man da wohin kommt. Keine Ahnung. Weiß ich doch auch nicht. So. Das ist natürlich die Frage... Gut, ich denke mal, das Ibis hat das wieder registriert. Das ist eng. Hat das wieder registriert, dass wir irgendwie eine Haltestelle jetzt zweimal angefahren haben. Also, für Omsi gesehen, zweimal, weil wir einmal dran vorbeigefahren sind. Das heißt, ich sehe da mal kein großes Problem. Das wird es am evangelischen Friedhof halten. Die Leute kennen sich im Zweifel eh besser aus, als ich. Die brauchen eh keine Ansage. Schönen guten Tag. Guten Tag. So. Wunderbärchen. Ach komm mal, wir verlassen. Warte mal. Ah, oh, Neweges ist ein Rosenhügel. Das ist das nächste Ortschäftchen. Okay. Heißt, wir machen jetzt tatsächlich einen so ein bisschen auf Regionalbus. Ja, das ist wirklich eine Regionalbus-Fähne. Kann ja sein. Ist halt immer, ich sage mal, je nach Größe der Ortschaften unterschiedlich definiert. Was jetzt, äh, wirklich... Ja, okay, wir sind schon in der nächsten Ortschaft. Okay. Gut. Ja, krass viel weit weggefahren. Also, die Ortschaften sind sehr weit auseinander. Die sind voll zusammengewachsen. Das ist so ein, ein Komplex einfach. Naja. Aber wir fahren jetzt hier noch ein bisschen gegen Süden. Ich habe mir das auch mal ein bisschen auf der Karte angeschaut, um mal ein bisschen einordnen zu können, wo wir hinfahren. Also, Felbert ist halt im Prinzip, ich sage mal, einfach nördlich vom Wuppertal und da fahren wir einfach ziemlich straight an so ein paar Ortschaften vorbei, beziehungsweise durch ein paar Ortschaften durch. Der Schnellbus fährt an ein paar Ortschaften wirklich vorbei, weil er über die Autobahn fährt und wir sind so ein bisschen hier der, der direkte Weg. So. Kann sein, wenn jetzt aber keiner ist, wäre ich jetzt menschlich enttäuscht gewesen. So, und da wir da vorne nach rechts müssen, halte ich mal hier. Was ist denn da der andere Pfeil? Warum ist der da nicht beschriftet? Was ist denn der nicht vorhandene gelbe Pfeil? Ich frage gar nicht. Da geht der da auch weiter. Er hat keine Beschriftung. Also ich sag mal, als normaler Fahrer hätte ich mir jetzt gedacht, ein nicht beschrifteter gelber Pfeil heißt in jedem Fall hier lang. Aber da war ja auch ein anderer beschrifteter Pfeil, deswegen bin ich jetzt ein bisschen ein klein wenig irritiert vielleicht. So. Bus, könntest du bitte vielleicht, dann schalt halt den Gang runter. Dankeschön. Boah. Karas Geschwindigkeit, Junge, Alter. Ich schwöre, geht voll ab hier. So. Wollen wir hier lang und dann mal da hoch. Ach ja, wunderbar. Sudele, sudele. Jetzt haben wir so wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte von so einem Fahrplan geschafft, Alter. Ich sag halt, mit dem Voidgetriebe hier, das ist so eine mittelmäßig gute Idee gewesen. Zieh! Das habe ich aber schlecht gesehen. Leuchtet das im Dunkeln? Warte mal. Oh, sieh. Ja, okay, ein bisschen, aber jetzt nicht extrem. Weil dieses Mittelinselviech da, das muss ich sagen, habe ich wirklich echt schlecht wahrgenommen. Das hätte ich im Zweifel übersehen. So. Dann einmal raus mit euch. Tschüssi. Tschüssi. So. Bitte warten Sie ein Jahr, bis Ihre Türen geschlossen sind. Dies verzögert die Abfahrt um einige Minuten. Ach ja. So is that even that leaven. Bling. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ach ja. Da muss ich sagen, bin ich vergleichsweise doch ein Fan von den DB-Style-Ansagen, die sich ja so einen Pool an Sätzen und Ortschaften zusammengelegt haben und das dann immer, ich sag mal so, dynamisch zusammengewürfelt wird, was einigermaßen gut funktioniert, aber ja gut, aber man muss auch nicht Fan der Ansagen sein. Aber ich glaube, wenn ich jeden Tag damit unterwegs bin, wird mich schon so ein bisschen, wird mich schon triggern. Ich hoffe verständlicherweise, aber ich glaube, die werden auch bestimmt ihren guten Grund gehabt haben, dass sie hier die Ansagen so langsamer gemacht haben und die überhaupt eh schon fantastische Ansagen-Sprecher-Software da eingesetzt haben. So, Hohenbruchstraße. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. So. Und zu ist da hinten. Ich versuche mal ein bisschen so mit zu tracken, welcher Ortschaft wir jetzt sind, damit ich so ein bisschen Überblick darüber habe, weil das ist halt bisher wirklich, ich sag mal, komplett zusammengewachsen gewesen. So, das heißt, jetzt sind wir an die Linien an die Linien 627, 647 und der S-Bahn-Linie S9. Okay, hier fällt wohl ein S9, das ist beruhigend. Im Vergleich zum letzten Kaff haben wir hier keine Regionalbahn. Aber ich glaube, hatten wir da vorne S-Bahn? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich hätte das schon wieder vergessen. Ihr habt den Vorteil, ihr schaut euch das bloß an und ich bin hier da und, 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 äh, bin damit beschäftigt, meinen vorzüglichen Fahrstil zu praktizieren. Ähm, ja, fantastisch. So, müssen wir mich hier lang. Ich bin heute auch sehr angetan von meinem Fahrstil, das ist einfach eine Pracht in sich. Rosenhügel Bahnhof. So, du fährst hier auch lang. Ja gut, ich lasse dich mal. Du hast da Vorfahrt. Muss auch safe da auch abbiegen, ne? Ja, wie erwartet. Der fährt nach Felbert, aber in die Gegenrichtung. So. Dankeschön. Vielleicht nicht ganz so langsam. Okay. Wow. Das hat vielleicht ein bisschen ernst genommen. So. Finde ich sehr gut, dass wir den vorgelassen haben, weil jetzt können wir nämlich hier an der hinteren Haltestelle halten, hier an der vorderen. Als wenn ich mich hier auskennen würde, ne? So. Schönen guten Tag. Achso, ihr wollt mal wieder so weit wie Fahrscheine, hab ich mal gehört. Hallo. Sehe ich das nicht richtig? Gott. haben wir alle, haben wir alle. So. So. Jetzt höre ich die Frage, ist der auch schon fertig? Fährt der gleich los und uns in die Seite oder? Ach, der fährt, ach, der ist eng. Fahr bitte. Terminus, das heißt, es gibt Kurzläufer bis hierher. Frage ist halt, von welcher Richtung aus? Also eher von Wuppertal hätte ich jetzt gesagt, weil der Terminus ja an dem Bussteig von dem Kollegen war. So, da sehe ich leider nichts wegen dem Pfeil, wegen des Pfeils. So, Krabbungschepper. Okay, das war nur die Verkehrsinsel. Gut. Dann ist das ja gesundheitlich unbedenklich. Es hätte ja auch ein Auto sein können, dass man da hinter dem Pfeil versteckt und der Pfeil verschleiert sowas durchaus ein wenig. Jo, da wird wohl stimmen. So, einmal ein bisschen Land hier. Gut, check. Wir fahren mal ein bisschen. Gut, wir haben vorher schon, ganz am Anfang mal auch so ein bisschen überlanden Teil, aber halt so, ich sage mal, nicht recht viel. So, das haben wir immer nach links. Das grün, habe ich eine eigene Ampel? Ne, habe ich nicht. Dann orientier, ich bin aber gleich ganz kurz wieder da. Oh, immer wieder schön wenn Leute klingeln, die nicht, die einfach mal komplett das komplette Haus durchklingeln. Finde ich immer super. Ja, ne, war nicht für sie. Ja, danke. Gut, finde ich, finde ich immer, finde ich immer eine angenehme Sache. Okay. Dann einmal weiter am Text hier. Danke Omsi und einmal aufs Land. Schön, schön. Genau, so wird das wohl sein. Sudile, Sudile, was fährt denn da links lang? Ist das dann tatsächlich die S-Bahn, von der die da gerade geredet haben oder ist das was anderes? das wissen wir wohl nicht genau. Wurtein Hauptbahnhof. So. Dann dürfen wir uns einmal aufs Abbiegen einstellen. Ach, guck mal. Einwand frei hier. So, das nochmal. Ach ne, ist eine andere Linie. Okay, ist eine KI-Linie. Schon überlegt, nochmal eine 649. Wäre aber ein bisschen krasser Takt hier, ne? Ja, okay, da steht er mit dem Pop, ist aber auch ein bisschen ungünstig, ne? Muss man dem auch lassen. So. Also ich die frage, wie schnell dürften wir hier denn theoretisch? Das ist, äh, ich weiß es nicht. 50. Ist das hier generell so ein Thema mit dem Land oder ist das nur für hier, ich sag mal, an die Omsebus-Fahrer, dass man hier auch eher lieber 50 fahren sollte, weiß ich leider nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier auf den Abschnitten jetzt in V-Life 50 gefahren wird. So, da ist keiner auf der kleinen Höhe. Vielleicht gleich auf der großen Höhe. Wir werden es vielleicht erfahren. Was ist denn der nächste Halt? Äh, warte mal. Am Lindgen. Hab ich jetzt an irgendeiner Haldestelle, hatten wir Aufenthalt, ich schau mir gleich das mal an, also ich war zwar bestimmt schon mit heißem Reifen unterwegs, aber sieben Minuten waren das nicht. In irgendeiner Haldestelle hatten wir bestimmt Aufenthalt, weil wir hatten eine drei Minuten Verspätung ungefähr. Jetzt gibt es trotzdem Gasbus. Hallo. Trotzdem nicht sterben. Dankeschön. Ähm, aber sieben Minuten, also wir haben jetzt nicht zehn Minuten Fahrzeit rausgefahren. Das kann ich mir eher nicht vorstellen. Von daher, wir gucken da. Also ich stehe voll auf dem Gas, möchte ich angemerkt haben, ne? Der schaltet einfach nicht den dritten. Schaltet einfach nicht. Ich bin nochmal weg, nochmal drauf. Dankeschön. So viel Steigung ist das doch jetzt hier gar nicht. also schon Steigung, aber so viel nicht. Naja. So, dann gucken wir gleich mal nach dem Fahrplan, weil das irritiert mich jetzt dann doch ein wenig. Es ist vielleicht eine nicht ganz so sinnvolle Haldestelle dafür, wobei ne, wir haben eine Bucht. Wir haben eine Bucht. So. Wo haben wir da rein? Zack. Nicht nur einen von den Pallern mitnehmen. Dann schauen wir mal. Einmal auf dem Fahrplan. Das muss ich scheinbar so machen. Stadtgärtner. Ne, wie ist es? Markt haben wir sieben Minuten gehabt. Ja, wahrscheinlich. Und Rosenhügelbahnhof war auch ein bisschen Zeit. Rosenhügelbahnhof wäre es wahrscheinlich gewesen. Naja, gut. Wir werden es glaube ich überleben, wenn wir jetzt mal ganz kurz auf so, machen wir mal ein 57 draus. Und Abfahrt. Guck mal, hätte ich um sie vor sogar einfach laufen lassen können, wo geklingelt hat. Was das Problem ist, das bringt jetzt alles so ein bisschen mein Zeitplan durcheinander. Dann bist ihr euch am Anfang auch so ein bisschen aufgeschmissen mit den ganzen roten Ampeln. Da bin ich jetzt ein bisschen angekäst. Weil, Alter, ich stehe voll auf dem Gas. Was hat denn da hinten drin ein Rasenmäher oder was? Das ist wie auf einem Toaster Onsi spielen, aka halt ein schlechter Rechner. Aber das doch, oh Leute, das ist doch kein Motor, was da hinten drin ist. Ist das doch ein Zustand? Oder ist das Getriebe auch eher mittelmäßig? Naja, gut, müssen wir mal gucken. Vor allem habe ich auch noch, ach guck mal, das dauert auch noch 17 Minuten. Ah, es hat länger gebraucht. Okay, interessant. Naja, gut, schauen wir mal. Wann haben wir denn eigentlich noch? Vielleicht bin ich ja sogar, ach so, wir haben gar keine Sicht auf den Fahrplan. Ja gut, ne, das ist die Fahrplansicht, das ist die Kassensicht. Gut, ich habe auch keine Ahnung, was da ankommen ist, ne, ich muss das alles so ein bisschen im Auge behalten. Die Frage ist halt auch, sind das, ja okay, da sind zumindest, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das halt händisch gezogene Fahrzeiten sind, weil das Problem ist halt, und ihr kennt das ja Überland, ne, also man kann dann Omsi die Fahrpläne ich sag mal automatisch berechnen lassen, im Sinne von, dass man die Gesamtfahrzeit angibt und Omsi das dann auf die einzelnen Haldestellen verteilt, was innerhalb einer Stadt einigermaßen gut funktioniert, also wenn man annehmen kann, dass die Fahrzeiten oder dass die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit ist, also wenn die einigermaßen gleich ist, dann ist das in Ordnung, aber wenn du Land und über Land mischst, äh, Land und über Land, Stadt und über Land mischst, klappt das nicht so gut, weil der das halt einfach nur durch die Strecke aufteilt, ne, das heißt, wenn eine Haldestelle doppelt so weit ist wie die andere, kriegt die halt einfach entsprechend mehr Fahrzeit, so, das ist ungefähr das Ding und das klappt halt, ja, nicht immer unbedingt so gut, ähm, Hartenberger Hof entsprechend ist gerade bei sowas dann eben wichtig, also deswegen kommt es euch für solche Sachen krass zustande, ich kenne das noch aus Onzeeins-Zeiten, ähm, da war das ganz extrem, da die Überlandkarten wurden mit diesem Modus gemacht, die insgesamt Fahrzeit mag halt gestimmt haben, aber du hast halt in der Stadt so unfassbar viel Verspätung gesammelt und auf dem Land hast du dann so viel Zeit wieder draufgekriegt, das ist, äh, das ist echt unfassbar gewesen, so, ich drängel mich da mal rein, ne, äh, da passt für ihn, deswegen, da bin ich so ein bisschen sensibel dafür geworden, weil ich halt auch aus den guten alten Zeiten so kenne, aber das hat man damals halt einfach so gemacht, ne, gab zwar die andere Möglichkeit, glaube ich, auch schon, aber man hat das halt irgendwie dankend genutzt und war froh, dass man überhaupt irgendeine Art von anderen Maps so zur Verfügung hat, ne, das war so, glaube ich, so ein bisschen der, boah, der Way, so, du möchtest mit, es ist, irgendwie fährt sich das anders, als ich das erwarte, kannst auch gerne hinten einsteigen, jetzt auch nicht mehr, ach komm, hallo, und Abfahrt, hopp, hallo, hallo, das ist eng, gut, also ich weiß nicht, das hier als Referenzfolge von meinem Kanal zu sehen ist wahrscheinlich auch schwierig, ja, aber da klappt zur Zeit auch alles irgendwie nicht ganz, wie ich mir das vorstelle, ähm, ja, deswegen bitte ich da eurerseits vielleicht um ein klein wenig Verständnis, weil so schlimm ist das doch nicht, doch, wobei schlimmer als die anderen Videos ist, dass das ja eh nicht ist, das ist ja eh, eher wisst ihr, wie es ist, so, so, guck mal, hier einmal durch, oh nee, so, mal rechtzeitig gucken, ob da jemand ist, ne, guck mal, jetzt ist keiner da, wenn man einmal rechtzeitig geschaut hat, gut, aber da sollte man mal rechtzeitig schauen, Brilla, Schloss, ist ja doch gerade losgefahren, was, jetzt lassen wir diesen einen Fußgänger darüber, die eine Fußgängerin, ach, Kinders, so, okay, haben wir da Hof, und dann sind das keine mehr so krassen Abstände, außer von der Volkshochschule zum Hauptbahnhof, irgendwie fahren wir wieder eine halbe Ewigkeit, was dann ja egal ist, aber wenn wir dann zu früh dort ankommen, ist das ja kein Thema, dann müssen wir nicht noch warten, so, ich wollte keine Zeit, du läufst uns aber nicht nochmal rüber, warum, warum bleibst du jetzt stehen, der ist ein Kilometer weg, mindestens, wartet jetzt wie dem Kind da vorne, Leute, nur bloß ankommen, ne, ist es nicht, okay, sowas gibt es hier nicht auf dem Kanal, das merke ich schon, so, so, wollen wir da vorsichtig runter, da geht der wieder gut bergab hier, ne, steil bergab, wie mit deinem YouTube-Kanal, Josch, ja, genau so in der Art, so, was wartet der schon wieder, auf den da vorne, ja, wollen wir noch auf irgendwas warten, vielleicht gemeinsam auf das Nikolaus ist oder so, weil vielleicht je nachdem, wann er das Video, vielleicht war aber nicht die Haltestelle, ne, da vorne, je nachdem, wann er das Video schaut, ist das ja gar nicht mehr so lang hin, aber jetzt aktuell könnte es, ich sag mal, fast ziemlich nicht viel weiter her und weg sein, so, ja, Tatsache, ziemlich genau, mal ganz kurz gucken, na ja, klar, Anfang Juni, äh, ist ziemlich genau ein halbes Jahr her und noch ein halbes Jahr hin, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt Nikolaus als Beispiel hatte, das ist, hinterfragt das einfach nicht, so, Pling, machst du aber Pling, ja, es macht Dümdü Dümdü Dümdü, der Gabelpunkt, ist das, wenn man, es ist die technisch-wissenschaftliche Beschreibung dafür, wenn man, den Kuchen vor dem Blindbacken, wenn der Mürbeteig Blindbackt, wenn man den, bevor man den in den Ofen schiebt, perforiert man den ja dann mit einer Gabel, da entstehen ganz viele Gabelpunkte, das ist, glaube ich, bestimmt, kommt das bestimmt daher, ganz sicher, nicht etwa, weil der vielleicht eine große Kreuzung ist oder so, nein, nein, so, ei, 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 hält das überhaupt die Haltestellenbremse? Ach, guck mal, äh, hält das überhaupt die Haltestellenbremse aus? Scheinbar. Und zu damit. So. Dö-düm-düm-düm. In der Tat. Wieso wird dem wohl sein? Ich vertraue da einfach mal, ich vertraue da einfach mal den Ansagen. Sind wir jetzt schon in Wuppertal? Also, ich kenne mich halt wirklich gar nicht aus, sondern tut mir leid, falls ich hier so absoluten Nonsens erzähle, aber ich kenne mich jetzt leider nicht aus. Das heißt, ich kann euch nicht mitteilen, sind wir jetzt irgendwo oder auch nicht. finde ich gut, dass die Nebenkreuzung gerade grün hat. Das ist extrem sinnvoll. Das begrüße ich sehr. Nicht. Also, auch die da finde ich super, dass die grün haben. So, Bayreuther Straße, Volkshochschule, okay. Aha, 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 interessant. So. Jetzt liefern wir uns mal beim Wettlauf. Sind wir Vorhalter oder, warte mal, nächstes Jahr ist wirklich sogar ziemlich genau, warte mal, Bayreuther Straße. Oh. Beides ziemlich genau 10 Minuten. Da bin ich mal gespannt. Meine Waschmaschine dauert noch 10 Minuten und die Fahrt hier auch noch. Watt ist vorher fertig. Bin mal gespannt. Ähm. So. Da vorne ist wir ein Aldi. Das ist natürlich spannend. So, was bremst ja ich die ganze Zeit? Ja, klar, das ist eine Kurve, aber ach, der wollte dem Niedrig-Frame-Bereich etwas langsamer begegnen. Der lädt wahrscheinlich irgendwas. Ja, genau, der lädt irgendwas nach. So, da müsste gleich besser werden, wenn wir eine Weile stehen. So. Irgendwann mit Ailes wahrscheinlich. So, schönen guten Tag. Hallo. Ah, haha, genau, das ist das, was ich... Aha, das wird wohl der hier sein, ne? Wir haben jetzt ziemlich sicher, dass wir mit fast allen Fahrsch... Fahrscheinen. Druckenbar. Hallo. Wo bleibt denn mein Fahrschein? Ja, weiß ich auch nicht. Du wusstest auch selber nicht genau, was du möchtest. Dann musste ich erstmal eine Runde raten. Oder bei so einer Beratungsfahrtleine anrufen, welcher Fahrschein jetzt für dich besonders geeignet ist. Ich sehe schon, wir sind wieder in der Stadt. Das heißt, wir stehen wieder drei Jahre an Ampeln. Ich freue mich. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Das ist bestimmt jetzt super. Also, ich bin ganz froh, dass mein Kanal so klein ist, dass sowas nicht existiert. Fernmeldeamt. Aber wenn er jetzt so ein Pizmied Satz gewesen wäre, wäre mega lustig gewesen, weil ich hatte mal in irgendeiner alten Folge erwähnt, ich glaube, das war in Gärten oder so. Äh, oi, das ist schlecht. Omsi, jetzt fange ich mal wieder ein bisschen. Das war in Gärten, glaube ich. Da habe ich gemeint, oh, das ist auch voll cool in Omsi, dass du eben, ja, dass du nicht immer sofort in der ersten Ampelphase durchkommst, dass man immer ein bisschen stehen muss oder sowas. Ja, aber davon muss man ein bisschen erlauben sein. Was macht der denn jetzt? Was ist hier denn los? Das war doch aber in den restlichen Kartenbereichen nicht so. Also das ist jetzt nicht die Aufnahme, das sehe ich auch. So, also möchte ich mal angemerkt haben. Das hatte ich jetzt in letzter Zeit häufig mal optimiert, deswegen wundert mich jetzt, wie hier das jetzt so zustande kommt. Was macht der denn da vorne? Darf ich da durch? Wird nämlich gerne nicht hier. Ah, wo war das denn? Ich habe gerade das passt. Sofort hier raus. Ich habe gerade, das hat gepasst. Das hat doch rechts auch gepasst. Wirklich? Scheinbar nicht. So, aber mich interessiert ist doch, was hier das Problem ist. Halte Wunsch, das ballert immer wieder die Frames runter. Das ist ja ganz zyklisch. Das wird dann eher ein Objekt oder ein KI-Fahrzeug sein. Gucken wir mal, was die AI-Liste die Slog-Feld zuspammt. Nee. Nur, dass ich gerade einen Unfall gebaut habe. Gut. Was? Ja, aber so wird das wohl sein. So. Fahren kann ich halt wirklich nicht. Das tut mir echt leid, ne? So. Bitte beachten Sie, für das nächste Let's Play steht Ihnen gerne wieder ein kompetenter Fahrer zur Verfügung. Bitte melden Sie dies rechtzeitig 15 Tage im Voraus an. Sonst kann Ihnen leider nur dieser unfassbar fantastische Ersatzfahrer hier zur Verfügung gestellt werden. unser Fernmeldeamt. Das sieht mir jetzt aber da könnte so ein Bereich sein, der, ich sag mal, in Original-Wuppertal auch schon so stattgefunden hat, ne? Ich probiere mal ganz sofort aus. So. Und Abfahrt. So. Wollen wir mal ganz kurz mal so. Schauen wir mal. Okay, das geht auch nicht besser. Gut. Ähm, ansonsten würde ich eigentlich einfach ganz kurz sagen, wir sehen uns gleich wieder, ne? Bis gleich. So. Guck mal, da können wir mal einsteigen. Hier nochmal. Hallo. Guck mal, da hat man nachgerückt hier. Und einmal Abfahrt für uns, ne? So machen wir das für die letzten paar Meterchen. Ich hoffe, das passt jetzt hier, wenn wir da lang gucken. Uh, der wird wieder eng. Jo, aber das sollte passen. Wenn ich vernehme, auf die letzten paar Meter ist auch nochmal irgendwie ein Fahrgast. So, da wäre jetzt ein Retarder ganz, eine schnieke Angelegenheit, ne? So, also wir haben natürlich, ne, den eingebaut, wenn ich auf die Bremse trete, aber ein Retarderhebel mit dem wir dann den Berg runter als einigermaßen die Geschwindigkeit halten könnte, das wäre, wäre schon was Feines. So. Ob mir vorher aufgefallen ist, ähm, ich hab neulich eben einen Bericht gelesen, ähm, mega useless eigentlich, aber zu, der Tastenkommunikation und Steuerung halt entfernen, die ja, ich sag mal, in den, ja, ja, ähm, die in, ne, früheren Windows-Version tatsächlich wesentlich wichtiger war als heute noch, ne, heute hat man so ein komisches Übersichtmenü nur noch für, ja, Taskmanager starten, whatever. Hat man ja, fand ich nur so wirklich Brauch, aber früher war die noch wesentlich, äh, häufiger genutzt und da hab ich irgendwie gelesen, dass, ne, das quasi Microsoft oder bei IBM, glaub ich, ein, äh, ITler eben, ne, erfunden hat und das halt eben durch die Microsoft-Produkte so bekannt geworden ist und man heute damit sehr unzufrieden ist, das so umgesetzt zu haben, weil, ja, das eine sehr, ich sag mal, uncoole Tastenkommunikation ist, die man halt eben nicht nur mit einer Hand bedienen kann und das ist halt eben auch so ein Ding. Da brauchst du mir aber zwei Hände am, ähm, an der Tastatur und, ja, das sind recht weit auseinander, die Tasten. Es war sogar ursprünglich mal geplant, das wusste ich auch noch nicht, dass dafür tatsächlich eine eigene Taste eingerichtet worden wäre, also für Steuerung alt äh, entfernen, dass, das quasi seine eigene Taste bekommt, dass das keine Tastenkombination ist, sondern eben tatsächlich nur eine einzige Taste. Das wurde aber aufgrund von so, ne, Layout, äh, Tastatur-Layout-Gedöns, ne, das wurde, das hat quasi nicht durchgeführt, weil es halt einfach hieß, ja, nee, da passt schon, ähm, ja, genau, IBM, war scheinbar das Ding, ne, also die wollten, ähm, dazu, ne, mit der eigenen Taste und das hat dann halt irgendwie so nicht hingehauen, deswegen muss diese Kombination, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie scheinbar in deren Augen trotzdem natürlich keine Entschuldigung gewesen, dass es eine so uncoole Tastenkombination ist, der so schlecht zu bedienen ist, aber, ja, meine Güte, aber es stimmt schon, wobei, ich glaube, man hätte auch bestimmt mit anderen Tastenkombinationen, ich sag mal, irgendwelche Probleme, wenn man sehr kleinere Hände hat, ich sehe halt auch generell bei den immer wachsenderen, äh, Smartphone-Display-Größen, da kommt man auch einfach allein, ich sag mal, wenn man da ganz normal mit einem Daumen bedienen möchte, kommt man auch schon gar nicht mehr ans andere Ende vom Display oder sowas, also damit fängt es schon an, das heißt, das entwickelt sich alles nicht nur unbedingt ins Ergonomische, was man an solchen Sachen auch ganz gut sieht, früher hat man da zumindest noch gesehen, dass das nicht so smart war, aber die Smartphones werden ja trotzdem irgendwie laufend größer, so ist das wohl, Volkshochschule, hätte man da früher mal Umfragen durchgeführt, ob das so gut ist, so kann man da sehen, was denn wahrscheinlich Schnellbus fahren, das ist denn da rechts eigentlich auf dem Boden, ich habe Angst, dass ich hier über ein Schild drüber fahre, was ist das denn, ich pausiere mal ganz kurz, ah, okay, gut die Decke, das ist ja aus wie so ein runtergefallenes Zusatzschild von der Straße oder so, so, dann ein oder schön gedacht zum letzten Mal, die Herrschaften, hallo, vor allem ist aber nicht Hauptbahnhof, das ist dann nicht gleich unser nächster Halt, ach, guck mal, da treffen wir auf die Schwebebahn, ist da, wo sie fahren sollte, genau, also ist schon wieder grün, ne, ich wollte gerade schon sagen, das ist noch nicht so weit, so, sehr gefallen ist, wir reichen wir im YouTube, Wuppertalabbahnhof, bitte beachten Sie, diese Fahrt endet hier, wieder da raussteigen, und so, ja, keine Ahnung, weiß ich doch auch nicht, gut, wie lang, stehen wir jetzt wieder hier, weil eigentlich, wäre das hier ja prädestiniert für so eine Busampel, die, exakt hat der Spur geradeaus Fahrt gibt, ne, weil, da kommt von woanders, kommt da keiner hin, ach komm, bitte, ich kann doch nochmal neu starten, heute, aber auch kein Problem damit, können wir gerne machen, ach ne, guck mal, das fängt sich wieder, war das hier so schlimm, mit den nach, mit den Texturen in dem Endbereich, wie viel haben wir denn, äh, gar nicht so viele, aber wahrscheinlich schon KI, was da noch fährt, so, okay, hier wäre dann der Schwebebahnersatz, ja, Fahrtende, bitte aussteigen, ich weiß echt nicht, wie wir jetzt zum Hauptbahnhof kommen, hier in keine Ordnung, aber ja, der Bereich hier, der sagt mir durchaus noch ein bisschen, weil da sind wir schon, durchaus das eine oder andere Mal lang gefahren, so, da ist doch sicher rot, ja, wir kommen allerdings nicht mehr, muhaha, so, die Spur bleibt, irgendwie sieht das so ein bisschen eng aus, ne, ach komm, oben sieht es, das reißt uns immer ein bisschen zusammen heute, ne, als sind die letzten Aufnahmemehder heute, und dann hast du nichts mehr vor, so, nach hier abbiegen, 649, ach ne, das ist nur erstmal, ach so, das hier macht es auch nicht besser, ne, diese Autowulst, oh mein Gott, fahre ich richtig scheiße, stimmt, ja, habe ich vergessen, gerade, das war schon, eine krass schlechte Fahrsituation, naja, richtig heftig, so, ist das der Hauptbahnhof, scheinbar, ne, da war noch grün, ah, ja, okay, da sagt mir wieder ein bisschen was, das ist das hier, der Hauptbahnhof, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja, das sieht so unbedeutend aus, ich sag, da gab es, ich sag mal, bedeutender, aussehendere Gebäude, ach so, wir sterben wieder, am Berg, ne, geht, 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 okay, alle Linien, und einmal hier rein, so, wo dürfen wir denn ankommen, gibt es da Präferenz, hat jemand Wünsche, gut, die Wünsche sind im Zweifel immer ganz nah am, Ding, 649, das hat jetzt keinen Namen mit Bussteigen und so, das finde ich schade, ah, da, Jans hier vorne, okay, gut, dann, wo gehen wir hier hin, Start und Terminus, wir sind erst mal im Terminus hier, okay, gut, wie gesagt, haben wir das geschafft hier, so mehr oder minder erfolgreich, oder war der Fahrplan, so, hat geklappt, ihr steigt mit bitte alle aus, und ich sag, hier, Dankeschön fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal, tschüss, vivir, zum nächsten Mal, mir geht's or Ben, haben wir das heiße, mit dem And interact, im Jahr查let, im Jahr hone, bis zum nächsten Mal, еoo, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, Untertitelung des ZDF, 2020